Ah, da hinten kommt er ja endlich. Hallo Herr Clooney, herzlich willkommen bei Big John Games. Ja, guten Tag. So Herr Clooney, nee, bevor Sie weiterreden, möchte ich wissen, ob mein Kekster ist. Äh, ja, den Keks haben wir natürlich. Ja, Herr Clooney. Also, Sie wissen, dass das der größte Kekster-Welt sein soll? Äh, ja klar, den haben wir extra für Sie bestellt. Also, hör zu, nach zwei Stunden. Da bitte ich einen Riesenhaufen setzen. Ähm, also wir haben hier hochmoderne Toiletten. Reicht das? Ja, ich denke schon. Gut. Zudem sind unsere Toiletten sehr bequem. Und haben Sie ja auch genügend Toilettenpapier für mich bereit? Ja, aber selbstverständlich, Herr Clooney. Wir haben extra für Sie eine Palette feinstes Toilettenpapier bereitgestellt. Fünflagig, circa eine Tonne. Das müsste doch eigentlich für Sie reichen, oder? Nee.